Was gibt es Schöneres als einen Sonntag mit Live-Handball? Der 29. Spieltag bringt genau das mit der Partie Gummersbach gegen Flensburg. Die SG kann mit zwei möglichen Punkten Platz 3 weiter festigen und Magdeburg auf Abstand halten. Gummersbach als Neunter könnte mit einem Sieg dem HSV gefährlich werden und ein bisschen Luft zwischen die Verfolger und sich zu bringen kann sicherlich auch nicht schaden. Handball live am Sonntag, heute ab 17 Uhr auf SPORT 1.